Herzlich Willkommen heute in der Zürich Derby Vlog Fans sind alle beim gleichen Ort und schon begrüßen beim Vlog zum FC Zürich Nationalspiel gegen PSV Eindhoven ich bin das 2. Mal schon die Woche in Zürich im Wettseekund wieder beim FCZ Spiel heute aber das Derby das Abstiegskeller Derby gegen den FC Winterthur bisher kein Spiel vor allem hat so ein Spielmannschaften ein Sieg mit drin sein aber halt auch Verbotten Verbotten ist das Motto Verbotten ist das Motto wie ich vorhin schon erwähnt habe wird wirklich gehalten das Spiel werden ich denke du musst halt so spielen dass du halt auch gewünschst aber nicht verlierst ich bin wirklich gespannt so ein 3-3 und so man sollte es halbmässig richtig geil finden aber punktemässig für die beiden Teams gar nichts zu erwarten auf den ersten Sieg Winterthur hat schon gewonnen in die Erfolgsphase 4 nämlich beim nächsten Spiel da habe ich es gesehen der vorletzte gegen den FCZ und zwar das 3-1 gewonnen jetzt sehr stark Winterthur das 3-1 gewonnen fand ob sie einfach mitnehmen können und vor allem auch Zürich wo nach der Reis Rüffninterlag gegen PSV Eindhoven eine Reaktion zu zeigen wir haben wiegermäßige Reaktionen zeigen den neuen Trainer fand ob sie machen können ob sie gewonnen ob sie gewonnen fantechnisch jetzt auch heute richtig viel Zuschauer haben und ich sehe heute mal so ein anderer anderer Platz wie letztesmal heute auf dem A-Sektor wo so relativ wenig läuft eigentlich meistens der Walp also wenn ich vorher Tickets gekauft habe etwa 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 3 Stunden hätte es noch nicht so viel ich weiß nicht noch wo für Plätze freigehalten da bin ich gespannt mein Tipp das 3-3-3 würde halt auch nichts bringen aber ich finde es halt nach allersichtsmäßig auch sehr spannend dann haben wir gesehen ein paar Stimmen holen mal schauen ob wir was finden bis dann auch 2-0 3-0 3-0 3-0 für Winterthur 5-0 2-0 4.0 3-0 5-0 5-0 6-0 6-0 6-0 7-0 6-0 7-0 7-0 5-0 5-0 Im Gold mit Nr. 1-3 Faiulu, 4 Granin Lekai, 5 Roy Gelbi, 9 Roman Bus, 10 Matteo Di Giusto, 11 Neftali Manzambi, 14 Tivou Gorba, 15 Michael Gonsalves, 16 Evo Arnod, 18 Suleyman Diaby und 19 Nishant Burkhard. Der Treiler vom FC Winterthur ist der Kuhlmo Berthmann. Der Kuhlfei grüet von Jos Schatti, 19 Adria in Rotterbein, 20 Karin in Ewigapetla. Und das ist die Startaufstellung von unserem FC Zürich. In Bord mit Nr. 1 Sifko Kostadinovic, Nr. 2 Lindri Camperi, Nr. 3 Adrian Guerrero, Nr. 7 Bledian Krasnici, Nr. 8 Ole Senes, Nr. 10 Antonio Marquesano, Nr. 15 Egun Tosin, Nr. 16 Mark Horchur, Nr. 19 Nikola Boranjasevic, Nr. 24 Nikola Katic, Nr. 28 Karol Metz. Der Interimstrader des FC Zürich, Cinesio Colatrella, Nr. 26 Nr. 25 Das war's. 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 Das war's.